Aber das Jell bezieht sich ja nicht auf NSCs. Das kann man eigentlich auslassen. Es wird sein, dass ihr das... Geschützt mich, tapfere Seele, während ich in den Smaragd grünen Tromm eintaufe, um Naralex zu retten und diese Verderbnis am Ende zu setzen. Nur beginnt uns das Erweckungsritual, Aktionärub Naralex auszuführen. Naralex wirft sich an unruhigem Schlaf hin und her. Kette, meine Freunde, Kette. Ach, gegen die Vier kann ich ja wieder nix ausrichten. Oh, doch. Naralex findet sich vor Schmerzen. Die Jünger scheint sich einen Weg zu bahnen. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Inventar ist voll. Meine Lederhose. Ich kann nicht mehr tragen. Oh ja, ist ja gut, Mann. Na, Naralex hat eine entsetzliche Vision. Irgendetwas bewegt sich in dem trüben Wasser. Hey. Alter, hat mir das hier jetzt irgendwo gebuxt? Hallo, kannst du mich dabei aufhören? Also wirklich. Freches Viech. Okay. Endlich bin ich wach. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Endlich. Naralex erwachte aus dem Albtraum. Naralex says. Auktion Haus, wie gut, aus dem schrecklichen Albtraum erwacht zu sein. Ich danke euch, mein treuer Jünger und euren tapferen Gefährten ebenso. Naralex says. Wir müssen uns mit den anderen Jüngern sammeln. Es gibt viel zu tun, bevor ich einen erneuten Versuch unternehmen kann, das Brachland wiederherzustellen. Gehabt euch wohl, tapfer sehr. Cool. Damit hätten wir dann die auch beendet. Aber wir können noch Quests abgeben gehen. Ganz am Anfang. Gucken, was wir mal so Schönes bekommen. Auf jeden Fall ein Level, so wie es ausschaut. Und dann sind wir schon in der Stufe 21. Ich habe euch erwartet. Ja, Belga und so. Eure Bemühungen werden nicht unbemerkt bleiben, Sidoria. Vielen Dank für eure Mühe. Ein Level-Up. Ich bin gespannt. Gut gemacht, Sidoria. Hoffentlich können wir sie benutzen, um weitere Alpräume zu verhindern. Mögen die Vorfahren euch schützen. Ich spüre bereits, wie das Gleichgewicht zurückkehrt. Schnell, sprecht mit M... Muyo? Und helft ihm, Naralex zu erwecken. Wir haben eine Rover gekriegt. Und die ist sogar schlechter als unsere. Haben wir eigentlich... Dürfen wir eigentlich... Ne, dürfen wir nicht. Gut, das heißt, wir verlassen die Instanzgruppe. Und diese schreckliche Musik. haben immer noch die Todesminen Käpt'n Krümel getötet. Warum das immer so nacheinander kommt, verstehe ich in dieser Innie allerdings nicht. Aber vielleicht... Nee. Nee, ist eh zu spät. Ähm... Dungeon-Browser, die Todesminen, die müssen wir definitiv noch mal machen. Sonst wird das nix. Eigentlich wollte ich doch zum Reitlehrer, ne? Okay, egal. Muss ich später gucken. Äh, warte mal. Der Entzauberungslehrer ist hinten in der Gasse. Da wollte ich eigentlich hin. Kraft und Ehre. Äh... Ah, das ist der Stahlmeister? Nee, Stahlmeister war das nicht. So kämpft denn wohl. Flugmeister. Hm. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Doch nicht. Ja, da haben wir mal den Job wohl mal haben. Äh... Erlernen. Kling. So, dann leisten wir uns noch ein Hemdchen. Äh... Und der andere war, glaube ich, da hinten irgendwo, ne? Beim... Alchemie daneben, oder so? Ach, Quatsch. Wir haben ja diese... Diese lustige Quest. Wie kann ich euch helfen? Halt... Das zuerst. Okay, weitergegangen. Dazu braucht man doch aber auch eine... Nee, zum Verzaubern brauchen wir diese... Lustige Rute. Wenn ich mich nicht irre... Wir haben der Berufe gekriegt. In unser Sauberbuch. Yeah. Nicht? Hagel. Ach, wir haben Hagel dazu bekommen. Cool. Wo ist denn jetzt dieses... Ich bin jetzt bescheuert. Ich habe das doch gerade gelernt. Verzaubern und entzaubern, oder nicht? Nee. Ich will jetzt erst wissen, warum ich hier nichts machen kann. Wie kann ich euch helfen? Ich müsste doch in meinem Zauberbuch dieses blöde Teil haben, ne? Was ist denn das? Das ist nur Fliegen. Das sind meine Fähigkeiten. Ach. Da steht es doch. Da steht es doch. Berufe. Entzaubern. Verzaubern. Angeln haben wir. Schneiderhammer. So. Gibt das einen Sinn. So, dann gucken wir mal. Was können wir denn entzaubern? Das natürlich nicht. Das dürfen wir entzaubern. Äh. Äh. Hallo? Jetzt. So, dann dürfen wir das entzaubern. Den Dolch nicht. Den Gürtel aber. Den Zauberstab. Die Raube. Ich glaube, als Verzauberer wird man auch arm. Das nicht. Das auch nicht. Ähm. Dann packen wir das mal mit da hoch. Die Entzauberungsteile auch. Halt. Das war jetzt falsch. So. Der Stab kommt auch mit da rein. Den dürfen wir auch noch nicht. Das Teil dürfen wir aber anziehen. Und den dürfen wir entzaubern. Wunderbar. Da ist noch was zum Verzaubern. Okay. Gut. Seid gegrüßt. Kochen können wir uns dann eigentlich auch mal holen. Aber ich gucke gerade mal. Warte mal. Verzaubern. Was haben wir denn hier Schönes? Runenverzieherte Kupferrute. Wir brauchen eine Kupferrute. Dann dürfen wir verzaubern. Und zwar. Schwaches Ausweichen. Schwache Gesundheit. Armschienen. Na dann nehmen wir her damit. mit. So. Vier mal können wir noch. So. Wunderbar. Dann dürfen wir doch sicher nichts lernen. Aber doch vielleicht bei dem Typen hier. Ja. Ich schätze mal. Und ich schätze mal, dass das jetzt erstmal nichts mehr bringt. Nein. Hier auch nichts. Das heißt, wir können jetzt mal zurückgehen und uns noch kochen holen. Wobei. Moment. Schneiderei 57. Leinenstoffballen dürfen wir uns noch basteln. Komm, die machen wir mal noch schnell. Dann haben wir das nämlich auch noch rum. Und dann gucken wir mal noch hier, was das so im Aha bringt eigentlich. Funktionshaus für die, die das nicht wissen. Bla 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 bla. So. Noch 19 Stück. Dann könnten wir eigentlich noch mal beim Schneider anhalten und noch mal gucken, was der uns denn jetzt so lernen kann. Aber ich würde mir dann trotzdem gerne noch mal gucken, wo wir denn überhaupt hin müssen zum Reiten lernen. Nördliches Brachland? Nein. Duruta. Nein, auch nicht. Reiten, da ist es doch. Da unten? Wirklich? Da muss ich jetzt echt ernsthaft da runter? Warte, hat der das jetzt abgebrochen? Und noch sechs Stück. Oh, da können wir schneiden wie die Weltmeister, ey. So. Kodolederer, ne, das war der Tuch, war ein V10, genau. Kraft und Ehre. Oh, viel. Für mich frisst das jetzt nicht. Nee, haben wir noch genug. Da haben wir noch genug. Was braucht ihr? So, dann öffnen wir mal unser Inventory. Grober Faden, möglichst was mit... Ah ja, da haben wir doch schon was. Dann würde ich sagen, kaufen wir erstmal von grober Faden... Zehn Stück. Und sammeln noch ein paar Punkte dafür. Den Stoß verkaufen wir natürlich gleich wieder. So. Haben wir gesehen. Da hier ist noch was, aber da verbrauchen wir drei. Na gut, machen wir da auch nochmal zehn. Bringt schon ein Silber, das heißt, wir kriegen da auf jeden Fall wieder was rein. Von dem, was wir jetzt gerade ausgegeben hatten, für das Lernen. Halt! Bin ich denn total bekloppt? Dann entzaubern mal den Scheiß doch gleich wieder. So kriegen wir natürlich nichts wieder raus oder zurück. Aber das ist jetzt egal. So, sind wir denn noch... Könnten nochmal zehn. Blauer Farbstoff zehn. Na. Und dann machen wir einfach noch ein paar blaue Hemden. Huch. Achso, haben wir nicht mehr. Okay, dann verkaufen wir das wieder. Kann ich denn zaubert werden? Okay. Umso besser verkaufen wir es einfach. Ha. So, dann nochmal gucken. Oh, das kostet dann schon ein bisschen mehr. Ich glaube, wir gehen erstmal reiten. Lernen. Das ist, glaube ich, besser. Halt! Aber wenn wir schon mal beim Koch sind, ne? Gucken wir nochmal schnell beim Koch vorbei. Bevor wir das Reiten anfangen. Kann ich euch helfen? Können wir das denn gleich schon... Na, das braucht man 85 für... Okay, auf Treppen funktioniert das auch nicht. So, dann machen wir mal schnell nochmal einen Abstecher auf der Bank. Also, das ein oder andere Item müsste dann doch vielleicht mal weg. Ich sag nur GEZ. Geld. Erlös. Taster. Ich finde den total cool. So, das ist ein Quiz-Item. Das ist Futter. Das packen wir da hin. Und schon sind wir wieder leer. Sehr gut. Was will der noch? Auf Befehl des Kriegshäuptlings. Allen tauglichen Mitgliedern der Horde wird hiermit befohlen, sich umgehend bei Kadrak am Schutzwall von Morschan zwischen dem nördlichen Brachland und Eschenthal zu sammeln. Helf, die Nachtelfen aus dem Wald zu vertreiben. Das nehmen wir einfach mal mit. Wo war ich? Helf, die Nachtelfen aus dem Wald zu vertreiben, damit unser Volk seine Ressourcen nutzen kann. Ihr erreicht den Schutzwall von Morschan, indem ihr vom Wegkreuz im nördlichen Brachland die Goldstraße Richtung Norden nehmt. Und das Schicksal ruft. 1000 Quests hier. Ich glaube, Reiten hatte 3 Gold gekostet oder sowas in der Art. Ja, am Anfang ist das ein bisschen mühsam, wenn man nicht noch irgendwie einen Charakter im Hintergrund hat, der ein bisschen Gold sponsert. Kraft und Ehre. Äh, Senjin da unten war das. Einer meiner Charaktere. Ich weiß, äh, die Profi-WOW-Spieler, die werden jetzt wahrscheinlich lachen und, äh, werden denken, das ist ja gar nicht viel. Ähm, für mich ist das gerade viel. Und zwar hat, glaube ich, der eine, ähm, Magier oder der Paladin, ich weiß es nicht mehr, hat, glaube ich, irgendwas an die 2300 Gold noch übrig. Und, äh, ja. Im Low-Level ist Gold schon, braucht man schon, wenn man sagen will, man will seine Berufe auch noch irgendwie hochleveln und sowas. Da ist das dann schon mit ein bisschen Unterstützung schon nicht schlecht. So, da sind wir dann in Klingenhügel. Äh, ich finde es absolut faszinierend. Das hat mich, äh, nachdem ich, glaube ich, bei Wrath of the Lich King wieder angefangen hatte, fand ich das ziemlich cool. Als ich gesehen habe, man kann jetzt runter nach, äh, Senjin fliegen, fand ich, fand ich total cool. Wo ich angefangen habe, musste ich nämlich den ganzen Weg laufen. Mhm. Was jetzt nicht so geil ist, muss ich ehrlich zugeben. So, aber wir können uns schon mal ein Right-Tier rausgucken. Was wollen wir denn haben? Als Troll bräuchten wir ja rein theoretisch... Einen Raptor, den ich nicht habe. Okay. Dann halt eben nicht. So. Nur nicht so schüchtern. Xatises, vergesst nicht, euer Right-Tier zu kaufen, während ihr hier seid. Ihr könnt es drüben bei Zjölne erwerben. Und tschüss. Nehmen wir an. Und wir wollen unerfahrene Right-Tier machen. Haben wir genug Gold? Oh, die kosten gar nicht mal so viel. Angucken kann man die leider nicht, schade. Smaragd-Grün, Violett, Türkis-Farben. Komm, einfach nur, just for fun, damit wir einen haben. Und ich darf hier alles reiten. Ich dürfte, glaube ich, den sogar... Warte mal. Hehe. Ja, cool. Ich darf auf einem Nether-Drachen reiten. Hehe. Wir fliegen aber trotzdem wieder zurück. Wir könnten eigentlich gleich zum Wegekreuz... Oder doch nochmal schnell zum Schneider... Ach nee, komm, zum Wegekreuz. Fliegen wir mal zum Wegekreuz und dann passt das schon. So, dann müssen wir nochmal in the Todesminian kurz gucken. Müssen den Käpt'n Frutzi dann nochmal töten. Ich glaube, das geht sogar auf dem... Auf dem Flugflüchtigen sie. Den fliegenden Tipp ich allerdings nicht. Wahrscheinlich bei mir... Das ist jetzt aber auch... Steht jetzt natürlich nix da, ne? Ja gut, ist ja eigentlich auch Wurst. Da wir noch nicht fliegen können... Nehme ich mir... Äh... Gucken wir mal mit einem Kriegsbären. Kriegsbär sieht auch lustig aus mit einem Troll obendrauf. Ja, was haben wir denn hier noch? So was wir noch so angucken können, während wir fliegen. Ja, es könnte schwierig werden mit dem Dungeon jetzt noch. Die Quest können wir eigentlich auch nur abgeben. Das wird wahrscheinlich jetzt auch nichts mehr. Das geben wir natürlich auch noch ab. Das ist eh auf unserem Weg. Ja, und die würde ich halt auch noch gerne irgendwie machen. Aber wie man sieht... Wir sind leider nicht genug von den Leuten da, die da mitmachen wollen anscheinend. Sind wir alleine. Gucken wir doch mal so lange in den Job. Das Teil kostet 10 Euro. Neh... Vergiss es. Es sind schon ein paar geile Viecher dabei, vor allen Dingen Herz der Aspekte Aktueller Auktionswert 118.445 Gold Er leckt mich doch am Wahnsinn Warte, ich will nochmal gucken, was kommt denn hier noch Charakteraufwertung, Stufe 100 Fraktionswechsel Volkswechsel, Charaktertrans Nein, nein, nein Bevor ich wieder irgendwas Egal, machen wir einfach Charaktertransmogrifizierung Oder sowas in der Art Für die Quest noch abgeben dürfen Wahrscheinlich nicht Kraft und Ehre Wartet Wart ihr jemand Wart ihr Wart ihr da jemand Den ich mit einer Schrotflinte Am Ende meiner Karawane herumfuchteln sah Ja, das waren wir Duxess Es wurde aber auch Zeit Dass ein paar Vorräte Best in Slot hierher durchkommen Es ist schlimm genug Von Mulgore abgeschnitten zu sein Aber diese Stadt würde in die Binsen gehen Wenn wir unseren Handel mit Orgrimmar verlören Geht in Ehre So, dann machen wir das halt eben so Komm, jetzt bin ich wieder alleine Hatte ich das schon ge- Nein, ich wollte nicht einkaufen gehen Wir sehen uns wieder Hatte ich das schon gemacht? Machen wir das einfach nochmal Gucken wir mal, ob jetzt in den nächsten paar Minuten irgendwas passiert Währenddessen Können wir nochmal ein paar Mal die Habe ich die auf die Bank gelegt? Huch Das war eigentlich nicht geplant Naja gut, okay Dann halt eben so Ach, Leute Ein paar Titel müsste ich mir noch zulegen Was macht denn Achso, Hagel wollte ich mal ausprobieren Ich muss zuerst etwas anvisieren Okay, das darf ich nicht, wenn ich nichts anvisiert habe Dann suchen wir uns doch mal schnell einen Viech Oder zwei Krasse Scheiß, Mann Ziemlich cool Dauert aber eine Weile, bis das gecastet ist Seid gegrüßt Wenn wir schon mal hier sind, können wir den Käse gleich wieder verkaufen Habt günstige Winde Nun gut, anscheinend geht das da jetzt nicht mehr vorwärts Das heißt, ich werde das jetzt einfach abbrechen Und möchte mich auf jeden Fall dann auch an dieser Stelle von euch verabschieden Ich danke euch fürs Zuschauen Hoffe es hat euch gefallen Und ja Hoffe, dass wir uns beim nächsten Stream Oder bei der nächsten Aufnahme Je nachdem, wo ihr das schaut Wiedersehen Und ich wünsche euch dann einen schönen Abend Und wir sehen uns das nächste Mal Macht's gut, ciao, ciao